Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Phenomination! Diesen Sommer aus großer Kraft folgt große Flauschigkeit. Ohren hoch! Guten Morgen, New York City! еры �ug Snowball! Was machst du da? Ich mache Superhelden-Sachen! Die Sitzung der Superhelden-Tierfreunde ist hiermit offiziell eröffnet. Komm, Holly, du musst los! Oh, ich komme zu spät zur Schule. Captain Snowball, du hast das Sagen, solange ich weg bin. Mua! Zuerst einmal begrüße ich White Thunder erst zurück aus der Waschmaschine und hier mit einer roten Decke gestopft wurde, weshalb er ab sofort bekannt sein wird als Pink Thunder. Ich stehe auf den neuen Look. Ab Sommer im Kino. Ab Sommer im Kino.